Die Kern GmbH in Benzheim. Hier befindet sich die deutsche Zentrale des Schweizer Kuvertiermaschinenherstellers. Außer den allgemeinen Verwaltungsabteilungen hat auch das Trainingszentrum hier seinen Sitz. Kuvertieranlagen sind heute komplexe Systeme, gebaut und Dokumente in hoher Stückzahl termingerecht zu verpacken. Ausfallzeiten wirken dem entgegen und müssen deshalb auf ein Minimum beschränkt bleiben. Das verlangt vom Bedienpersonal Kenntnisse, die über das Befüllen der einzelnen Stationen und das Abnehmen der Briefe weit hinaus gehen. Die unterschiedlichen Verarbeitungsmöglichkeiten erhöhen die Flexibilität der Anlagen, aber auch bei unsachgemäßer Behandlung das Ausfallrisiko. Ein Fall für das Kernprodukttraining. In zwei Trainingsräumen ausgestattet mit der aktuellen Kernproduktpalette sowie einer Kern 2000, die noch häufig im Einsatz ist, kann hier das notwendige Wissen von den Grundlagen über Tricks und Kniffe bis hin zur Fähigkeit auch komplexere Störungen beseitigen zu können, erworben werden. Zusätzliche Informationen, beispielsweise über OMR und Barcode-Lesung, vervollständigen den Trainingsinhalt. Für jede dieser Anlagen werden Bedienerkurse, Workshops und Techniktrainings angeboten. Theorie, aber vor allem die praktische Arbeit am Objekt ergänzt vorhandene Fertigkeiten mit dem neu erlernten. Gefestigt durch Übungen erhält jeder Teilnehmer so eine solide Basis für die erfolgreiche Handhabung seines Falz- und Kuvertiersystems. Nachweis für den erfolgreichen Abschluss einer jeden Veranstaltung ist das Teilnahmezertifikat. Doch bevor es soweit ist, gibt es für die Teilnehmer noch einiges zu tun. Mit der Abholung vom Hotel beginnt der erste Kurstag. Das Hotel liegt zentral zur Stadt und zum Bahnhof. Beides ist nach 5 Minuten Fußweg erreicht. Nach der Begrüßung durch den Instruktor geht es auch schon los. Erklärungen und Unterweisungen finden am System statt. Fragen der Teilnehmer lassen sich hier sofort anschaulich beantworten. Probleme lassen sich simulieren und klären. Wer arbeitet, braucht auch mal eine Pause. Zum Mittagessen lädt die Kern GmbH in ein nahegelegenes Restaurant ein. Dann wird es ernst. Gestellte Aufgaben müssen gelöst werden. Im Anschluss an ein Themengebiet folgt jeweils eine Übung. Wobei vorher behandelte Themen wieder in die Übungen mit eingebaut werden. Damit wird aus mehreren Teilen ein runder Ablauf. Diese Übungen dienen außerdem der Selbstüberprüfung und zeigen dem Instruktor, wo eventuell noch Erklärungsbedarf besteht. Wenn alle Fragen beantwortet und alle Aufgaben gelöst sind, bietet eine störungsfrei laufende Anlage den Teilnehmern ihr Erfolgserlebnis und damit das befriedigende Gefühl, das Erlernte richtig umgesetzt zu haben. Die Rückfahrt ins Hotel schließt den Kurstag ab. Bei Technik-Trainings und Bedienerkursen steht an einem Abend noch eine Einladung zum Abendessen an. In der gemütlichen Atmosphäre bietet sich die Gelegenheit zum privaten Kennenlernen. Gesprächsstoff gibt es genug und der eine oder andere Tipp findet neue Mitwisser. Dann ist es soweit. Nach erfolgreich absolviertem Kurs erhält jeder Teilnehmer sein Zertifikat. Mehr als nur ein Stück Papier. Für den Teilnehmer ein Symbol für das Erreichte und die Motivation, das Gelernte an seiner Anlage umzusetzen. Nach der Verabschiedung werden die Teilnehmer zum Bahnhof gebracht. Ein weiterer Service von uns, der das Bild einer verlungenen Veranstaltung abruft. Vers umhibe раза 50. Hallo. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020